Yo, ich bin ein Profi Ich profi nur mit Bees, so wie Brody Diese Bees arbeiten zusammen, um eine Bottle von Soda zu öffnen. Ich habe die Beine zusammen, um meine Refrigeration zu öffnen. Lol Was? Verditas! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe gestern noch... Nee, als ich beinahe war, habe ich eine... Dr. Hofer gesehen, da geht es um die Bienen. Da wurde gesagt, dass manche Bienen, die Wanderbienen, von anderem Planeten kommen. Und eigentlich Aeans sind. Und die einfach abhauen, wenn Gefahr droht. Ins All fliegen. Sind das dann diese Wanderbienen? Hm... Haaa... Dr. Real gets real! Verschwörung beginnt ja echt so... Dieses Hund soffert von Psychomotorsheizuren, aber dieses andere Hund so hilft es, ihn zu kalteln. Oh, er hat irgendwelche Krankheiten. Der Hund bewegt sich, obwohl er sich nicht bewegen soll. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Oh, er hilft ihm. Er hat einen Anfall gehabt, der Hund. Spontanen. Der Hund hat ihn beruhigt. Oh, wie süß. Wie süß. Noch mal gucken. War schon grausam, ne? So muss man sich nicht direkt helfen können. Aber dieses andere Hund hilft, ihn aufzuhalten. Guck mal, direkt, direkt, ruhig gestellt. Krass. Süß. Oh, so ein Muschel. Finger weg. Finger weg. Das geht so. Oh, man. Ich habe doch gesagt, Finger weg. Oh, ich bin gerade erschrocken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Hund hat auf den Drill und ging für einen Rennen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Bruder. Oh, das ist nicht gesund. Oh, wir... Oh, oh. Oh, hat den Gleichgewichtssensor drin? Oh. Ah. Ich glaube, sogar ist das nicht für die. Bin mir nicht sicher. Haben die im Gleichgewichtssinn gefühlt oder sowas? Haben die sowas? Weiß ich nicht. Ein Schaf hat sich verdammt, was immer zu tun zu tun und hat entschieden, um zurück zu kämpfen. Ah, das Schaf fährt sich gegen den Schäferhund. Ah, das eine Schaf, das ich gegen alle währt. Klingt wie mein Buch, was ich mal schreiben wollte. Ich wollte mal ein Buch schreiben über ein Schaf. So ein Krimi aus der Sicht eines Schafes wollte ich mal schreiben. Ah, genau das erinnert mich gerade voll dran. Guck mal, es bewegt sich gar nicht durch von einem Hund. Es lässt sich nicht zu... Es kämpft dagegen. Okay. Guck mal, da kommt Angst, das. Oh, jetzt kommt nichts mehr. Wenn ich jetzt mal eins dagegen stelle, dann stelle ich alle blitzig dagegen. Und dann kann der Hund nichts mehr ausrichten, der Schäferhund. Das ist krass. Einfach Herden-Krass-Schlauheit. Der Hund muss nur einmal richtig zubeißen, ja gut, ja. Aber das Schaf muss nur einmal richtig verteckeln, dass der Hund Paranoia bekommt und dann nicht mehr traut. Auf der Seite der Straße und er hilft, indem er etwas Wasser zu geben. Er hat es lieb. Wo ist der Duce? Er hat eine lange Hunde. Oh, er ist so schrecklich. Auf und auf, Papa. Oh, fucking hell. Ich erstrecke mich heute so oft. Was ist denn los heute? Was? Ja, auf. Oh, krass, wie ich auch da hängen. Oh, ich habe auch Ultraschiss. Alter, die fallen, die Hängen jetzt da fest, dann lassen sie sich los. Und dann fallen sie. Dann fallen sie einfach. Oh mein Gott. Oh, ich hätte so Schiss, Alter. Oh mein Gott. Oh, ich habe schon mal gesehen sowas, ja. Oh, das passiert, wenn ihr raucht. Wenn ihr raucht, passiert genau das mit euren Lungen. Ja, nice, ne? Uncool. Ich kann jetzt schreiben in eurer Lunge. Hier ist ein Timelapse. Wird eure Lunge dann quasi dann raus überreden, nach denen ihr gestorben seid wegen Lungenkrebs. Und mit der wird dann in Tinte eingefüllt. Da wird dann einfach in Kugelschreibern wird dann das eingefügt. Mit Blau gefärbt. Und damit könnt ihr dann schreiben. Ja. Also, ich würde euch raten, nicht zu rauchen, sonst fällt ihr zu Füller. Lapse of how the moon transitions during a lunar eclipse. Uh, cool. Uh, oh, das sieht so surreal aus. Hä? Lol. Krass. Heftig. This person put a red hat ball made of tungsten on top of anvil made of lead. Hmm. Weg schmilzt. Wegläuft einfach. Schmilzt sich durch den Amboss durch. Die Kugel. Durch den Amboss durch. Oh, das ist krass. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hoffe, ihr habt es wirklich gefallen. Oh. Und ich hoffe, ihr habt euch wieder. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Later. Oh, ihr seid so süß. Die kann sie zusammen schleifen. Oh, ihr seid so süß. Die kann sie zusammen schleifen. Nächstes Video. Daily dose of internet. Anyone else ever just, äh, take their... He really took a fish for a walk. Er ist mit dem Fischgassi gegangen. Pet can't fish out for a walk when it flood. Ah, geil. Hör, wo läuft. Ach so. Hä, lol, hä? Der geht mit seinem Fischgassi, wenn es Flut gibt. Hä, krass. Ah, funny. Ah, ist nicht auch so ein Koi? Ist ein teurer Hund? Äh, Hund. Teurer Fisch? Mit so Dingern an der Seite. Ist noch so Kois, oder? Ah, uns hat das auch immer gern gemacht. Ja, Ripp, Ripp, Wohnung. Oh, 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 Anna. Ja, der ist auch geliebt. Ah, ein Kixi-Dum. Ja, das hat er auch schon oft gemacht. Mein Hund hat er auch oft gemacht. Er hat lange Haare gehabt, lange schöne Haare. War frisch beim Friseur. Er ist voll fett in Matsch rein sich wälzen. Ja, hat er geliebt. Hat er geliebt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Um sich abzukühlen oder auch wahrscheinlich, um den Geruch anzueignen. Weil die mögen es ja, wenn, wenn, wenn Geruch so drastisch ist, krass ist. No, hydrogen-powered cars are now available on the market. Wasserstoff? Wasserstoffautos? Gibt's jetzt? Ist das gut? This is what it's like to fill out the gas tank of a hydrogen-powered car. Ist es, ist es besser als, als, äh, andere Sachen? Am Ende kommt ja Wasser raus, glaube ich, ne? Aber ich glaube, die Herstellung von diesem Hydrogen sehe ich auch ein bisschen. Ich habe immer ein Video gesehen, wo Pro und Contra von, ähm, äh, hier Wasserstoffautos, äh, gezeigt wurde. Ähm, und ich glaube, das war nicht nur positiv. Also, es gab auch ein paar negative Punkte, aber ich weiß nicht mehr auswendig. This cat stole some chicken and then tried to run away. Ah, es hat Chicken geklaut. No, you're chicken. No, you're chicken. Ah, wie sie wegrennen will. Ah, sie will wegrennen. Ah, sie will wegrennen. Oh, mein Gott. Oh, die paaren sich. Oh, man, die paaren sich wieder hochlaufen. Nein. Oh, cool. Das ist echt cool. Oha. Er steuert sie da. Ja, sie steuert es, ja. This cat was talking and asleep. The giant african land snail is the largest snail species. What the actual, oh. Das Mädel und der Typ, die haben sich geritzt, Allah, in der Jugend. Richtig fette Narben hier. Komplette Arm geritzt hier alles. Warum? Oh, aber die Schnecke ist auch krass, ja. Klar, die ist riesig. Aber, die Hand, der Arm. Alter. Die Hände sind auch schon ein bisschen hin, ne? Oder, wenn ihr so ein Zoo arbeitet, aber auch YouTuber, ne? Hier ist der YouTube-Button. Ja. Aber die Schnecke ist krass. Ich übersteck, würde ich sagen, die Schnecke ist krass. Bischöse in der Welt. Sie sind so groß, dass sie die Länge der gesamten Vorarm ausziehen können. Oho. Krass. Banane. A la Crank. Crank ist ding. Oh, das würde ich auch niemals machen. So was bin ich auch raus. Nee. Nee, so was bin ich sofort raus. Sofort raus. Ich poste ein Video, um mich ein Hohen auf meinem Instagram zu sparen, und ich bekomme hunderte Kommentare von Leuten, die fragen, was die Maske ist. Während der Früh und so... Das ist für Corona, dass sie nicht angesteckt werden. Pferde sind nur ansteckend über die Augen. Über den Mund gar nicht so. Deswegen werden die Augen auch nicht bedeckt, dass die nicht anstecken. Das ist nicht. Na, aber nur Müll gerade. Okay. Ich glaube nicht, was ihr im Internet hört. Ich verstehe Ritz nicht. Ich meine, will man sich selbst bestrafen oder so? Ja, hat da was ein bisschen zu tun. Ähm. Geht ganz tief in Psyche rein. Also das kann man nicht logisch erklären. Das ist was, was in dem Kopf arbeitet, ja. Ah, Insekten. Ah, okay, von Fliegen. Er ist trotzdem able to see through the mask just fine. Hm, okay. Von Fliegen so zu beschützen. Er ist schlau. This is how relaxing it is to be a crane operator at a construction site. Hey, wie geil. Der hockt nur da oben und muss ein bisschen den Kran her schieben und Sachen hochheben. Hey, ist ja voll chillig. Wieder so diese Barfußel, einfach so. Einmal so ohne Schuhe, schilder hier oben so. Gönnt sich erstmal ein bisschen Kaffee. Hm, ja, ein bisschen hier rüberfahren, nicht. Hier hoch machen, rüberfahren, nicht. Ha, schon geil für euch. Der zweitgrößte Hai der Welt. Der Basketschab oder was? Der Korbhai. Das ist Ende dieses Video. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Und ich will euch wieder sehen, sehr, sehr schnell. Later. Nice. Ja, geil. Ich fahre ja die Videos mit Delly Dose. Das sind richtig cool. Und die gar nicht so groß aus. Ja, die sieht nicht so groß aus, weil... Hier Menschen sind. Hier sind Menschen und da ist der Hai. Der ist quasi und die sind auch weiter oben. Das heißt, die Menschen wirken nochmal größer als der Hai eigentlich ist. Aber ich denke, der Mensch geht so... Halbe Flosse würde ich fast sagen, oder? Halbe Flosse, ganze Flosse vielleicht. Ist ein Mensch. Schon lang da. Ja, cool. Nice Videos. Ich fahre ja die, wie gesagt. Delly Dose ist richtig cool.